Wir sind Flo, Messe und Josie von Claire. Nepi und Friedl fehlen gerade noch. Die werden hier irgendwas aufbauen, weil wir gerade in Oldenburg sind und jetzt dann unser Konzert hier spielen von einem zweiten Teil unserer Tour. Musik Pop mit Hip-Hop Einflüssen. Musik War super, war ein ganz tolles Konzert, war richtig gut. Ich fand es super, aber ich kannte die Band vorher gar nicht. Es war super, die Lichtshow war ganz geil und die Stimme ist auch ganz geil. Die Stimme, die Musik, der Wechsel zwischen schnell langsam war toll. Gute Atmosphäre auch da drin. Sehr gut, war richtig schön. Es war ein echtes Clubkonzert und ich fand es spitze. Also genau das, wie es eigentlich hätte sein müssen. Perfekt. Ich würde jederzeit wieder hingehen. Danke Claire. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020